Willkommen bei einer kurzen Tour durch WattReturns. Mit WattReturns können Sie Anträge auf Erstattung der Vorsteuer in einem anderen EU-Mitgliedsstadt sicher und einfach durchführen. WattReturns ist verfügbar unter app.watt-returns.at Loggen Sie sich ein mit Ihrem Username und Passwort. Sie erhalten Ihre Nutzerdaten spätestens zwei Werktage nach Kauf von WattReturns. WattReturns können Sie über watt-returns.at beziehen. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es mit Klick auf Passwort vergessen zurücksetzen. Sobald Sie sich registriert haben, sehen Sie den Homescreen. Klicken Sie auf Mandant anlegen und geben Sie die Stammdaten für Ihr Unternehmen ein. Daten, die für die Antragstellung Pflichtfelder sind, sind rot markiert. Möchten Sie noch weitere Unternehmen anlegen? Klicken Sie einfach auf Mandanten und neuer Mandant und Sie können noch weitere Unternehmen anlegen. Sie können so viele Unternehmen anlegen, wie Sie möchten. Möchten Sie weitere Ihre Kollegen einladen zur Nutzung von WattReturns, klicken Sie auf Benutzer einladen und Sie sehen eine Liste aller aktiven Benutzer. Um einen neuen Benutzer einzuladen, klicken Sie auf neuen Benutzer einladen. Mehr Informationen zu Nutzerrollen finden Sie auf unserer Support-Seite. Sie erreichen die Benutzerverwaltung auch mit Klick auf Ihren Avatar und die Benutzerverwaltung. Nachdem Sie Ihr Unternehmen erfolgreich angelegt haben, können Sie erste Belege zur Verarbeitung hochladen. Sie können Belege direkt per Drag & Drop übertragen. Zum Bestätigen des Uploads klicken Sie einfach Hochladen. Sofort nach Upload beginnt WattReturns mit der Analyse der Rechnungen. Sie können eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Übertragung nutzen, wie zum Beispiel E-Mail, ScanClient und Scan&Go. Zum Beispiel können Sie, wenn Sie Rechnungen erhalten, diese direkt an die betreffende E-Mail-Adresse senden. Sie finden zusätzlich einen Audit-Trail, ein Wer- und Wann der Übertragung, die Sie getätigt haben. Mehr Informationen zu den Möglichkeiten der Belegübertragung finden Sie in unserem Hilfe-Center. Sofort nach Upload beginnt WattReturns mit der Analyse der Belege. Die Verarbeitung der Belege dauert bis zu 24 Stunden und Sie sehen rechts oben, wie viele Belege in Verarbeitung sind. Sie werden automatisch per E-Mail informiert, sobald Belege fertig verarbeitet sind. Sie finden verarbeitete Belege am Homescreen. Verarbeitete Belege werden automatisch nach Ländern und nach Jahren sortiert. Mit blauen Punkten werden Sie darauf hingewiesen, wo Sie Belege kontrollieren müssen. Klicken Sie auf die jeweiligen Länder. Klicken Sie auf die Lupe, um den RV-Code zuzuordnen. Die restlichen Felder werden zu 98% ausgelesen. Nur ART und RV-Code muss von Ihnen vervollständigt werden. Sie sehen sofort, ob der Beleg erstattbar ist oder nicht. Nach Verarbeitung der Belege und Ausfall der RV-Codes finden Sie nun die Belege erneut im Homescreen. Die Finanzverwaltung akzeptiert erst Beiträge ab einer bestimmten Höhe und das wird automatisch von WattReturns berücksichtigt. Sollten die Beitragsgrenzen noch nicht erreicht sein, finden Sie die Belege unter Beitragsgrenze noch nicht erreicht. Ist die Beitragsgrenze erreicht, wie hier im Fall Belgien, finden Sie die Belege unter Sofort einreichbar. Um einen Antrag zu stellen, klicken Sie auf Sofort einreichbar. Sie sehen eine Liste der Belege, die Sie einreichen können. Klicken Sie auf Antrag erstellen, um einen Antrag zu erstellen. Lesen Sie die Erklärungen für das Finanzamt sorgsam und bestätigen Sie diese mit den Tickboxen. Nach Klicken auf Antrag zahlungspflichtig erstellen, können Sie einen Antrag erstellen. Den erstellten Antrag können Sie direkt in FinanzOnline hochladen. Gratulation! Erste Antragstellung erfolgreich geschafft. Wenn Sie WattReturns laufend nutzen, ist der Menübaum links für Sie sehr nützlich. Über das Burger-Menü können Sie diesen ein- und ausblenden. Laufende Verarbeitung finden Sie unter Home. Alle Möglichkeiten, Belege in WattReturns zu übertragen, sowie ein Log Ihrer Übertragung, finden Sie im Reiter Übertragung. Sollten Sie weitere Unternehmen anlegen, ist das unter dem Reiter Mandanten möglich. Anträge, die Sie mit WattReturns erstellt haben, finden Sie im Reiter Archiv. Dort können Sie die erstellten Anträge auch nach Erstellung bei Bedarf ändern, ohne dass weitere Kosten anfallen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017